ziemlich abenteuerlich die ganze sache sieht man ansatzweise ist hier irgendwie ein weg aber auch nur manchmal manchmal sind einfach die stufen in stein gehoren oder so abgenutzt dass die stufen über die jahrhunderte entstanden sind oder so ist gut wie alleine ja schon 7 oder 8 km hinter mir meistens so hier gut eben bei so einer bronzenbühne musste ich durch wasser ich bin schon richtig nass aber es ist nicht angenehm auch ja 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 Wow.